Hey, ich wurde schon öfter darauf angesprochen, dass Bitcoin ja zentralisiert sei, weil es wenige große Mining-Pools gibt, die sich zusammenschließen könnten und zusammen eine 51%-Attacke auf das Bitcoin-Netzwerk starten könnten. Also dass quasi diese Mining-Pools sich zusammenschließen und dann Transaktionen blockieren können oder generell die Bitcoin-Blockchain blockieren können oder Double Spending ermöglichen, also dass man Überweisungen mit dem gleichen Geld mehrfach durchführen kann und so weiter und so fort. Und diese Kritik möchte ich heute entkräftigen. Ich setze aber voraus, dass ihr wisst, was Bitcoin-Mining ist, was Bitcoin-Mining-Pools sind, das erkläre ich gleich noch kurz. Aber ja, es ist zumindest notwendig zu wissen, dass man für jeden Block ja eine gewisse Block, ein Block-Reward kriegt, also eine Belohnung dafür, dass man diesen Block gemeint hat. Und das Problem ist natürlich, ein Block wird alle 10 Minuten gefunden und der Miner, der diesen Block findet, der bekommt halt eben die gesamte Block-Reward. Und ja, da ist das Problem natürlich, wenn wir uns angucken, ja, früher zu Anfangszeiten von Bitcoin konnte halt eben jeder selbstständig Bitcoin minen, einfach weil es halt eben kaum Konkurrenz gab. Wenn wir jetzt sagen, es sind 10 Leute oder 100 Leute, die Mining betreiben, ungefähr gleichmäßig verteilt, dann gibt es ja eine Wahrscheinlichkeit von 1%, dass ich ihn in diesem Block finde und damit meine Belohnung bekommen. Und so hätte sich das damals halt eben jetzt noch gelohnt, selber Mining zu betreiben, weil ich halt eben so selten einen Block finde. Aber umso mehr Leute halt eben sich an diesem Mining-Prozess beteiligen, umso unwahrscheinlicher wird es halt eben, dass ich als einzelne Partei einen Block finde. Und ja, deswegen, das sieht man ja hier, damals war das relativ wahrscheinlich, dass man noch irgendwie selber einen eigenen Block findet, den man alleine minnt. Aber mittlerweile ist diese Hashrate so riesig, dass das fast ein Ding unter der Unmöglichkeit ist. Vor allem als kleine Person oder als kleiner Miner ist es mittlerweile, ist es wahrscheinlicher schon eigentlich im Lotto zu gewinnen, als einen Block zu finden. Wenn man nicht gerade eine riesige Hashrate hat, also einen riesigen Anteil von Rechenleistungen dem Netzwerk hinzufügt. Und genau, also ja, damals als wenig Konkurrenz herrschte, gab es halt immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, den nächsten Block zu finden. Aber ja, jetzt wo es halt eben so viel Konkurrenz gibt, geht das halt nicht mehr. Und so musste man sich eben, ja, irgendwelche Lösungen ausdenken. Und weil halt eben so viel Konkurrenz jetzt im Bitcoin-Mining herrscht, brauchte man halt eben Mining-Pools. Also Mining-Pools sind im Endeffekt einfach nur ein Zusammenschluss von mehreren Minern. Ja, also wenn ich jetzt selber alleine Mining betreiben will, wie gesagt, dann ist es quasi ausgeschlossen, dass ich einen Block finden werde und damit jemals überhaupt eine Bitcoin-Belohnung bekomme. Das heißt, ich würde quasi nie die Kosten reinkriegen für die Stromkosten, die ich da aufbringen muss, für die Hardware-Kosten. Deswegen wäre das ja total unattraktiv, als kleinere Partei Bitcoin-Mining zu betreiben. Und um dem halt eben entgegenzukommen, gibt es halt diese Mining-Pools. Das heißt, ich kann mich mit mehreren Leuten auf der Welt, egal wo, in einem Mining-Pool zusammenschließen. Und wenn irgendeine Partei, die in diesem Mining-Pool drin ist, in dem ich auch drin bin, wenn eine Partei davon einen Block findet und damit halt eine Bitcoin-Belohnung bekommt, dann wird diese Belohnung unter allen Minern aufgeteilt. Also wenn ich halt eben als Miner sehr viel Rechenleistung in diesen Mining-Pool beisteuere, dann bekomme ich natürlich einen höheren Anteil dieser Bitcoin, als wenn ich nur einen ganz kleinen Teil beisteuere. Aber jeder bekommt halt eben dadurch halt eben Bitcoin-Belohnungen entsprechend seiner Rechenleistung, ohne dass er halt selber den Block finden muss. Das ist halt dieser Vorteil von Mining-Pools. Deswegen werden die halt eben hauptsächlich auch genutzt. So, und das Problem ist jetzt natürlich, dass sich im Laufe der Zeit wenige große Mining-Pools etabliert haben. Und wenn sich jetzt halt die drei größten Mining-Pools, also die drei Flächen, die unteren Flächen hier, wenn die sich zusammentun würden, dann würden sie über 51% der Rechenleistung stellen. Das stimmt. Also das heißt, rein theoretisch könnten diese Mining-Pools sich irgendwie zusammenschließen und eine 51%-Attacke starten. Ja, was eine 51%-Attacke bewirkt, ist halt eben, man kann Überweisungen blockieren und zensieren und halt Double Spending ermöglichen. Wie gesagt, dass halt eine Partei, ja, Geld mehrfach ausgeben kann. Das Ding ist jetzt aber dabei, da stellt aber eigentlich keine realistische Gefahr dar. Denn Miner sind weiterhin verteilt. Ja, die Miner sitzen trotzdem überall noch auf der Welt. Die sitzen nicht irgendwie an einer Stelle, sondern jeder kann an einem Mining-Pool teilhaben, egal wo man auf der Welt sitzt. Und diese Miner, ganz wichtig, die können sich jederzeit frei entscheiden, welchen Mining-Pool sie nutzen wollen. Und sollte irgendein Mining-Pool sich der 51%-Grenze nähern, also dass ein Mining-Pool eine 51%-Attacke starten könnte, dann würden die Miner natürlich den Mining-Pool einfach wechseln. Denn kein Miner ist daran interessiert, dass eine 51%-Attacke passiert. Weil das würde natürlich, Miner haben ja extrem viel Geld und Zeit und Energie da reingesteckt. Die haben dann irgendwelche riesigen Lagerhallen und teilweise riesige Millionenbeträge ins Bitcoin-Mining investiert und halten halt eben auch sehr viele Bitcoin. Und die sind natürlich absolut nicht daran interessiert, dass irgendwie eine 51%-Attacke passieren würde, die im schlimmsten Fall Bitcoin drastisch im Wert fallen lassen würde. Die würden quasi extrem viel Geld verlieren. Deswegen ist eigentlich kein Miner daran interessiert, dass eine 51%-Attacke passiert. Und wie gesagt, Miner können innerhalb von kürzester Zeit den Mining-Pool wechseln. Das ist kein großes Ding. Da muss man noch einmal kurz ein bisschen ein anderes Programm aufspielen und dann laufen die ganzen Miner auf einem anderen Mining-Pool. Und das heißt, dadurch, ja, auch wenn es halt große Mining-Pools gibt, diese Machtverteilung der Mining-Pools hält sich dadurch halt immer in Balance. Weil, wie wir auch sehen konnten damals, da gab es den Gash.io, das war ein großer Mining-Pool. Und der, das war 2014, und der war kurz davor quasi, oder was heißt kurz davor, ich glaube, das war bei, hier war das, 42% der Rechenleistung dieser Mining-Pool gestellt. Und dann haben die Meier sich halt eben dazu entschlossen, dass sie halt, ja, diesen Mining-Pool verlassen. Und sich in einem anderen Mining-Pool zusammentun. Und dadurch ist halt keine 51%-Attacke passiert. Und dieser Gash.io-Mining-Pool hatte selber von sich aus gesagt, dass er keine 51%-Attacke starten wollen würde. Aber, wie gesagt, man muss, man sollte diesen Leuten auch nicht vertrauen. Natürlich, keine Partei sollte irgendwie 51% der Rechenleistung stellen. Und die Miner haben sich auch selbstständig dazu entschieden, aus diesem Mining-Pool auszutreten. Und deswegen ist das kein Problem. Man muss natürlich auch noch sagen, damals ist dieser Mining-Pool, hatte zwar 42% der Rechenleistung, das ist jetzt meines Wissens danach nicht mehr passiert. Mittlerweile hat sich das Bitcoin-Mining, das ist ja schon 8 Jahre her oder über 8 Jahre her, mittlerweile hat sich das Bitcoin-Mining noch deutlich stärker professionalisiert. Bitcoin-Mining ist ein sehr hartes Business. Und wie gesagt, kein Miner ist daran interessiert, dass eine 51%-Attacke passiert und er halt geben Geld verliert. Zumal viele davon natürlich auch überzeugte Bitcoiner sind und nicht möchten, dass dieses Geldsystem kaputt geht. Das ist natürlich auch nochmal ein Fakt, den man betrachten sollte. Und das Ding ist ja auch, was verspricht sich ein Mining-Pool überhaupt von einer 51%-Attacke? Also eine 51%-Attacke muss ja aufrechterhalten werden. Das heißt, man muss für einen längeren Zeitraum 51% der Rechenleistung stellen. Und sobald ein Mining-Pool irgendwie in die Nähe von 51% kommt, verlassen die Miner den Mining-Pool. Also ich sage mal rein theoretisch, wenn ein Mining-Pool tatsächlich irgendwie 51% der Rechenleistung erreichen sollte, spätestens dann würden ja alle Miner sofort den Mining-Pool verlassen. Und dann hätte dieser Mining-Pool keine 51% Rechenleistung mehr und könnte diese Attacke halt nicht mehr starten. Dann wird Bitcoin ganz normal weiter funktionieren. Ja, deswegen also, und zusätzlich würde halt niemand mehr diesen Mining-Pool nutzen. Wenn einmal ein Mining-Pool eine 51%-Attacke startet oder 51% der Rechenleistung besitzt, dann würde das natürlich das Vertrauen in diesen Mining-Pool stark reduzieren oder halt eigentlich vernichten. Ja, und darüber hinaus muss man nur sagen, es wird natürlich, klar, diese Problematik besteht halt, dass wenige große Miner oder Mining-Pools einen riesigen Teil der Rechenleistung stellen. Aber wie gesagt, es ist effektiv nicht wirklich ein Problem. Und zusätzlich muss man halt sagen, es gab in der Vergangenheit auch schon Probleme. Zum Beispiel bis, ich glaube, bis vor ein, zwei Jahren hat, ich glaube, 75% des Minings hat dann auch in China stattgefunden, bis 2021, genau, Mitte 2021. Und also ungefähr 75% des Minings. Und das Problem ist halt, das war da sogar wirklich dezentralisiert. Also es gab wenige Städte in China, wo halt irgendwie ein sehr, sehr großer Teil des gesamten Bitcoin-Mininges der Welt durchgeführt wurde. Einfach, weil der Strom halt ja so günstig war. Und das ist halt, das war natürlich eine bedenkliche Zentralisierung. Ja, weil da hätte man, in einer Stadt hätte man leicht dieses Bitcoin-Mining unterbieten können. Ja, aber sobald Bitcoin-Mining weltweit verteilt ist, ist es natürlich deutlich schwerer, eine große Mining-Anlage irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und da hat eben China dann 2021, Mitte Juni 2021 ungefähr, das Bitcoin-Mining wirklich verboten. Und da sind die Miner halt eben dann, ja, aus China abgehauen. Dadurch ist die Rechenleistung sehr stark schnell eingebrochen. Aber diese Miner haben sich halt eben dann im Rest der Welt verteilt und ihre Mininggeräte sofort wieder irgendwo aufgestellt. Und deswegen haben wir gesehen, die Rechenleistung hat sich in kürzester Zeit sofort wieder erholt und ist mittlerweile auf neuen Höchstständen. Und wie wir sehen können, hauptsächlich Texas hat sehr viele chinesische Miner zu sich geholt. Deswegen ist der Anteil der Vereinigten Staaten stark gestiegen seit diesem Bitcoin-Verbot in China oder diesem Mining-Verbot in China. Und ja generell auch hat sich das auf weitere Länder der Welt aufgeteilt. Das heißt, dieses Problem hat sich quasi von alleine gelöst. Dadurch, dass China das Bitcoin-Mining verboten hat, hat sich einmal China aus Bitcoin ausgeschlossen, was schon ganz nicht so schlecht ist. Und gleichzeitig haben sie halt eben auch noch, ja, dafür gesorgt, dass diese örtliche Zentralisierung von Bitcoin-Mining sich auch noch gelöst hat und jetzt Bitcoin deutlich viel besser verteilt ist als vorher. Und auch für dieses Mining-Pool-Problem in Anführungszeichen gibt es auch schon Lösungen. Man hat damals P2P-Pools, also Peer-to-Peer-Pools entwickelt. Die sind nicht mehr in Benutzung, aber grundsätzlich waren das halt eben Mining-Pools. Ja, es war Mining, mit dem man sich mit anderen Leuten zusammenschließen konnte, ohne einen Mining-Pool. Aber das Problem war halt eben mit diesen Peer-to-Peer-Pools, die werden noch nicht mehr benutzt, weil sie halt eben nicht skalierbar waren. Man konnte sie nicht mit großem Stil nutzen oder halt mit vielen Leuten zusammen. Und das war halt das große Problem. Und da gibt es halt eben jetzt eine Weiterentwicklung, die gerade noch entwickelt wird. Die ist noch nicht fertig, ganz wichtig. Und das sind halt eben Braid-Pools. Das sind halt die P2P-Pools und Braid-Pools. Ja, da muss ich sagen, da bin ich jetzt gar nicht so up-to-date. Ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Standentwicklung ist. Anscheinend ist das noch nicht so weit fortgeschritten. Aber es gibt auf jeden Fall schon Ideen und Lösungen, wie man irgendwie dem entgegnen könnte, falls es mal notwendig sein sollte. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es überhaupt ein Problem darstellen wird in Zukunft, weil halt eben kein Miner daran interessiert ist. Miner können weiterhin in Mining-Pools entscheiden, welchem Mining-Pool sie beitreten und ihre Rechenleistung halt zur Verfügung stellen. Und ja, kein Miner ist daran interessiert, dass irgendein Mining-Pool 51% der Rechenleistung stellt. Und auch die anderen Mining-Pools sind nicht daran interessiert, dass irgendein anderer Mining-Pool 51% der Rechenleistung bekommt. Deswegen wird das, glaube ich, auch niemals passieren und ist sehr ausgeschlossen. Also ich verstehe, woher diese Kritik kommt, aber ich sehe halt keine Problematik dahinter und denke nicht, dass das irgendwie zu einer Zentralisierung führen wird irgendwann mal. Ich hoffe, ihr konntet diesem Video soweit folgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten gebt mir auch gerne einen Daumen runter. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und wenn ihr weitere Fragen oder Kritik zu Bitcoin habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann gehe ich in den nächsten Videos darauf ein. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.